Hallo alle zusammen, ich habe hier die fotokrumme Brille. Wir gucken uns jetzt mal das Design an und wie die auch sitzt. Aber vorher vielleicht noch mal was dabei gewesen ist. Wir haben hier diese Hartschale. Die ist wirklich ziemlich hart, robust, also wenn die Brille hier drin ist, dann sollte da überhaupt nichts passieren. Mitgeliefert wird auch noch dieser Stoffbeutel, dass man die Brille vielleicht abends hier mal reinlegen kann. Zudem wird dieses Brillenputztuch mitgeliefert und noch diese Kordel, dass man die Brille um den Hals legen kann. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns die Brille live an. Ich habe selber eine Brille über die Brille rüber. Ist schwierig, zumindest bei meiner großen Brille. Bei einer kleineren Brille geht es vielleicht gerade mal so, aber ich empfehle doch, die Brille auszuziehen und dann die fotokrumme Brille überzuziehen. Ja, so sieht das Ganze aus. Und ja, es passt gut. Was man sieht hier, ist einerseits dieser Gummi-Nasenhalter. Der ist ziemlich dick und fest. Das merkt man auch. Das Schöne ist, wenn es mal nass ist draußen, die Brille rutscht nicht so schnell. Also man verliert die nicht. Genau, ansonsten finde ich, dass der Rahmen ziemlich dick und auffällig ist. Also wir haben ja in Rot die Brille. Man kann die natürlich auch ein bisschen dezenter wählen. Die gibt es auch in den Farben Grau zum Beispiel. Aber das sollte jeder selber dann für sich entscheiden.